Tony der Totschläger einzigartig Jetzt hier auf YouTube die einst nicht artig Let's play's aus dem Ghetto zu brutal Überzeug dich doch selbst, abonnier mein Kanal Tony der Totschläger einzigartig Jetzt hier auf YouTube die einst nicht artig Let's play's aus dem Ghetto zu brutal Herzlich willkommen meine Freunde hier auf Tony Totschläger TV Wir spielen heute ein bisschen Autofußball hier am Start Wieder der Faschist, Junge, Alter Und der Der King, die Nose, Alter Im anderen Team Guten Abend Ich bin auf jeden Fall bereit hier Ja, das Spiel ist irgendwie neu im Store Nennt sich Rocket League, Alter Und das macht auf jeden Fall mies Bock, Alter Bombengame, Alter, Bombengame Brutaler So, wo gehen wir rein, welches Team? Geht ihr blau? Geht ihr blau, ich spiele gegen euch Weil es sind eh nur Bots Ja, die sind aber gut, ne? Jetzt schmink mal dich Den mach ich, den mach ich, BAM! Boah, ich bin kaputt! Ich bin kaputt, das war ich Ich hab Zerstörung gekriegt Wofür, Junge? Der Totschläger ist hier wieder am Durchdrehen Meine Freunde, Alter Im Autofußball mit die Brutaldeutschleifern Boah, brutaler Schuss! Nein! Nein! Sultan, hol ihn dir! Sultan ist unserer Achso Traumflagge aus Roundhouse Roundhouse! Scheiße! Boah, hier ist die Nase, der fährt schon wieder aus dem Stadion raus! Nein, den hab ich, den hab ich! Boah, traumhafte Rettung! Man muss dazu sagen, die Noose hat heute Die Noose hat heute wieder gesoffen, Alter Deswegen, kann ich so gut fahren Ey, no Alkohol Er war wieder mehr No Alkohol Den mach ich, den mach ich! Nein! Mach ihn! Nein! Oh, voll den Pfosten, Alter! Sauber Sauber, Sultan, mach ihn! Den noch nicht! Mach ihn doch! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, der muss so schön machen, Alter Sauber! Roundhouse, jetzt geht er! Und der Nase zieht hinterher! Und Flughopffball, den mach ich! Den mach ich! Oh, nein! Wolfram, Alter! Wolfram? Den mach ich! Bamm! Oh, oh! Wo ist denn der Ball, verdammte Axt? Nein! Nein! Der Nase! Der Nase! Vorlage hab ich gemacht, Junge! Rotale Vorlage! Du hast gesehen, Bande! Hast du gesehen? Die brutale Vorlage mit Bande! Ja, Mann! Der war richtig schnell! Alles klar, meine Freunde, Alter! Ihr Team Totschläger muss jetzt erstmal nochmal hier ein bisschen durchdrehen, Alter! Mach ihn! Der Nase! Oh! Oh! Schöner Schuss vom Totschlägehaber! Leider gegen Pfosten! Gibt's doch nicht! Will ruhig! Will ruhig! Oh! Boah! War das geil gemacht! Jetzt über den ganzen Platz! Jetzt geht ich über den ganzen Platz! Wo ist er? Oh, nein! Wo ist er? Da ist er! Traumhaft! Der Nase! Bring ihn in der Mitte! Der Nase! Alter, nein! Alter! Alter! Ah! Der Nase wird ein klasse Effekt! Den hol ich! Den hol ich! Den hol ich! Das gibt's doch einfach nicht, Alter! Der Nase ist gut, Alter! Ich komm jetzt auch! Ich komm jetzt auch! What the fuck! Boah! Was geht da ab, Mann, Alter! Voll viele Leute! Da kommt der Totschläger! Da kommt der Totschläger! Da kommt der Totschläger! Das ist meine Vorflage! Den haben wir gepflückt, Junge! Der Nase, Ronthouse und dich, Alter! Alter! Alter, Ronthouse blockiert! Oh, Alter! Was für eine Schöne! Oh! Wo ist er? Der Totschläger macht den letzter Mann, Alter! Oh! Nein! Den mach ich! Oh nein! Den spieg ich ins Tor, Alter! Den nehme ich auf Facke! Oh nein! Mittelfeldpass bekommen! Wo ist denn der Mann, Alter? Da geht's! Zauber! Komm! Leg ihn vor, Junge! Oh nein! Den hab ich geschlügt! 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 Jetzt geh ich! Call of the Autofall! Oh! Nein! Ha da Raum und aus Röden! Ey, ich muss irgendwas machen, ey! Das gibt ja gar nicht klar, wie spät Nacht so schon los! Oh, wieder unter durchgejumpt! Ney, was? Den mach ich, den mach ich! BANN! Nein Ja Nein Roundhouse Kick hat ihn gemacht Das gibt er nicht, Alter Hast du vorher gesehen, wieder? Ey, Roundhouse, Alter, ist durchgedreht Der hol ich, den mach ich direkt rein Alter Wo ist der Ball? Ach, da hinten, Alter, oh nein, Mann ich mache ich ein 3 zu 0 es geht nie ab mann Raubhaus die Brüder bei der Klinik seien der Scheiße Bord der Eltern ganz voll perfekt weiter mit Außenriss wollte ich den schießen Mann ich auch weiter aber das und gab das Bein Kontakt auf die Verlegung schießt und auch nicht oder war alter schöner passiv um Totschläger muss dabei ich hab schon wieder den Überblick verloren jetzt macht doch mal ein paar Jahre auch aus der Strasse drei Zauberte Totschläger ein schönen Pass nach vorne gemacht hat und zu Storm aber auch so ist es doch alles was auch nicht ist der um aus seiner Beiführung ist einfach perfekt nur das muss man einfach sagen ja ich bin ganz erster Ballkontakt ich bin auf der Fall passen noch eine Minute meine Freunde noch eine Minute wir können sie noch packen komm schon mach ihn! Nein! BAM Junge! Schöne Flanke vom Totschläger! jetzt! jetzt! der geht rein! der Nase! Traumhaft! den ruhig! der wär so geil gewesen ey ich hab nicht war zu schnell ich hab mal reingeschossen und hab mir dann wieder selber von der Linie gepflückt ey what the fuck Alter was ist hier los das wär so geil gewesen ne? jetzt aber den mach ich den mach ich oh ich bin immer zu schnell in diesen Boost weiter dann werd mich gefickt das Spiel ist so geil ne das macht so Annalie Nein! Brauthaus mach ihn! der ist scheiß-sultans-faschen-kontakt Alter! Brauthaus holt ihn! ich fliege richtig Alter! komm der Totschläger verkürzt hier nochmal! Nein! oh ich... Zerstörung hab ich nochmal gemacht! Na ich bin gefickt worden Alter! Twitch hab ich gekriegt! freigeschaltet! Fahne vom Dings ne! hab neue... neue Felgen hab ich ne! alles klar gleich wieder hier bereit ne! ab geht's! voll das fette Spiel Alter! übelst! und das für laut! Na für nichts mehr! das ist halt einfach so ein Scheißspiel eigentlich aber das bringt übelst Fun ne! ich nehm direkt neuner Runde auf, ja das können wir uns nicht spielen lassen Alter jetzt mich bei euch im Team egal! der ist orange das ist doch gut! Alter die Bots sind eh besser wie wir glaube ich zum Anfang jetzt haben wir Juri ne! jetzt hast du verloren! ich bleib hinten Alter! wo ist denn der Ball? dass ich den nicht einmal perfekt lupfen kann Alter! boah! sind da schon wieder explodiert Alter! schöne Beiführung hier! Befreiungsschlag vom Totschläger! bleib hinten! räum ab! Regel Nummer eins! Fick nicht mit dem Totschläger! wie ein Co-Trainer stimmst du hinter Kingi Nost! du kopierst nur andere Musik! wie bei Casting Shows! boah! Fallrückzieher gemacht! what the fuck! Tor von Schippa! Alter der Hurensohn! sauber wofür sind wir auf die ganze Knöpfe? den mach ich! boah der Nase! Traum! boah! ey der Nase! Alter! guck mal! guck mal! ach! der Nase! abgefälscht! 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 er war aber abgefälscht! Alter! Alter! wo fliegt der Ball wieder hin, Mann! war aber am Grund vom Faschi, ne? der Totschläger verkackt hier richtig, Alter! ist nicht wie bei FIFA, wo ich Gott bin! der Nase! jetzt flieh auf! blieh auf! blieh! 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 alter! 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 der Nase! er ist dreifacher Weltmeister, ne? in Auto-Fußball! Auto-Ball-WM, ne? einziges Spiel, was ich kann! Spaß! warum Spaß? Fick dich! erst mal im Rückwärtsgang, hier über den Platz! komm auf, das Spiel nicht klar, Alter! ich auch nicht, ey! ey, Roundhouse verpiste ich, Alter! Fick ich deine Mutter, Alter! wo ist der Wandel? nach hinten schon! jetzt mach doch mal ein Tor! ey, meine Bots machen nie ein Tor, die coolen Söhne, Alter! weg mit der Pille! jetzt geh ich die ganze Außenlinie lang! boah! der Totschläger-Feyr-Rückzieher hab ich gekriegt, sauber! ey, was ist denn da los? was machen meine eigenen Leute? die greifen uns eigenes Tor an, Alter! guck mal, was die machen, die Idioten, Mann! Mann, ich fahr hier irgendwo oben rum, man! boah, aber ich zeig grade alle meine Minus! nein, 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 nein! oah! Da ist ein Tor! wer ist ein Chipper, Alter? Wer ist das so, Alter? ich glaub die anderen können, ach, Ballkamera. Gibt es auch, Alter? naja. schnell chat! ich kenn schon alle Knöpfe kapi Du ich priic. der gegen die nöööööö! Alter! Oh, alter. Das hat dir baVPN. Jetzt sag nur einmal, dass ihr die nicht zerstört habt. Was alter. visualen Deegel hat es gemacht. Aber meine Scheißbots, Alter machen noch gar nichts die Opfer. Roundhose. Seite er wurde dann bei dir aber Rontos hat doch das Tor schweiß Artikel Prozent in Winkelmann nein nein ja ich hab's alle weg auch schon weiter Tor von Orange Prozent der Vorbereitung im Raum aufgemacht ich bin über den Ball rübergesprungen so ne Scheiße warum ey ich spring immer daneben schöne Flanke der Nase traumhafte Flanke aber Totschläge hat geklärt du der Nase dritte ja genau die selbe Scheiße wie unsere ne ey jetzt geh ich durch der Nase traumhaft schön BAM Junge das ist so unkontrollierbar dieses Scheißding nein nein ich springt da drinnen guck dir das Tor an Junge KLATCH reingeschnippelt Junge und der Nase der Nase der Nase den mach ich boah ihr cheatet doch alter kann ja nicht sein richtig Streamteam alter der Nase schickt mich hier mal dann geh ich mal hinterher ja jetzt komm den hole ich der Nase spung da schon wieder vom Feiler ha 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 ich bin jetzt mal platter nein komm schon ney jetzt geh ich über ganzen Platz Befreiungsschlag boah und ausgetrickst und brutal ausgetrickst der Korte das war ein geiler Spielzug nicht muss der scheiß Ball er habe den Apfel gleich durchsetzt aber ein er hat doch auch auf dem Reich auch der Torbjörn in der HLV Leiter da da hat er mit der Backflip machen veröffentlicht auch gar nicht abhängig gewesen aber man den Knüppel nach hinten ziehen so als würde ich den Sünden Juli hat da wir weg klatschen einfach mal den Knüppel nach hinten ziehen richtiger Knüppel perfekte Beiführung Tony der Ronaldo Schläger Tony der Ronaldo Schläger was für ein Dribbling alter unstoppbar hier da was für eine Beiführung ich sag dir ohne Scheiß wenn du da richtig drauf hast und das Feeling für das Spiel hast dann kannst du glaube ich richtig was reißen ist so Weltmeister jetzt Volli Volli ja sauber falsche Richtung nein lass mal ein schöner Kopf bei machen na vorbei plus 500 Alter ich hab noch das Auto ich hab halt da Raketenspur Schleim ich hab Punkte bekommen für wertvollster Spieler was das mit mir doch verarschen guck mal meine haben gar nichts gemacht nur ich war der Beste bei uns ich nehme einfach die gehen nein warum steht bei dem nach Köln weil sie gesteht auch ich hab ihn wie geht es normal ich hab Schnellchat gemacht ach so Prozent Schöße ich habe auf jeden Fall ein neues Auto jetzt richtigen Panzer mal gucken ob das auch was ausmacht ne ob man so andere Reifen und so hat das wäre fett auf jeden Fall ich habe Schöße schlug sie haben hast du gesehen ich habe fast ein Traumtor gemacht guck mal ich hab ich habe so geil gehalten den ersten Mal guck mal da hinten stehe ich auf dem Tor sauber schönes Ding da schüttelte Leute wollte ich auch noch rein jump auf jeden Fall Duis so wollen wir führen 1 zu 0 ich will mich wieder hinten hin auf jeden Fall nee das ist die Kopfball-Duelle hier sauber sauber oh ich hab Befreiungsschlag gemacht oah Traumhafter Flughoffball auf Bies Alter den hab ich wieder auf Bies oah Alter komm jetzt bring ihn rein oh nein oah den hab ich Befreiungsschlag jetzt geh ich jetzt geh ich jetzt geh ich durch jetzt geh ich durch oh nein 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 Trooper Trooper hast du gesehen wie so bin ich durchgegangen hab in Ronaldo gemacht what the fuck Alter Biest jetzt jump ich rein oah der Totschläger oah der Totschläger nach dem Kuchen Kompromiss Jungen mit meiner Schleimspur jetzt komme ich jetzt noch ich gott naja das geschichtlich damit Totschläger geile er ist bei der Zoll aber auch wenn er in der Holung wenn die Namen ab eingebrettert kommen mit mehreren das ist richtig waren weiter von einem nahe macht doch was ist es kommt ja da die auch nein was das Gefühl dafür richtig sehen aber für die Schnelligkeit und so was schon ein Pass mach ich ohr links da rein oder was warum hast du noch was schreckt im Kopf BAM das Geilze ist wie ihr das immer sagt als wenn man das so kontrollieren könnte perfekt ist voll schwer halt da das Ding ist voll schwerelos mann mittelfeld passt ein Totschläger auf der Linie gepflückt habe ich mir jetzt gehe ich durch jetzt gehe ich wieder durch jawoll wenn der Totschläger nicht hier wäre letzte Mann Alter Traum auf der Flanke die Nose den mach ich Traum auf die Nose das war wieder geil gespielt da seh ich ihn da seh ich ihn da seh ich ihn oh nein voll vorbeigefahren egal Alter ich mach ein paar Skimmoves hier die Nose jetzt gehste oh Alter der ist drin der ist drin oh Biest Traumhaft Biest und jetzt gehe ich durch nein JA Traumhaft nein Alter Verzögerung hey wer da reingegangen oder was keine Ahnung hab ich traumhaft hast du gesehen wie ich den gepflückt habe hey mein neues Auto ist auf jeden Fall besser wie der davor ja 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 den holen ich mir ja nein das ist es wo es in der Ball nein 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 Mürtel 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 toll Alter guck mal da kam es noch an ich wollte den noch retten Alter so ne Scheiße Mürtel Schleger Tricks Lag gemacht Junge nein 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 D-1 den mach ich Nein nein Traumtor Ey das gibt's doch nicht Alter Guck mal wie er ankommt guck mal wie er durchzieht Was ist das für ein Matchbox Auto, Alter? Voll der Turtles Van Alter so das hat gedacht ja Totschläge den pflück ich und jetzt geh ich wieder durch oh nein der ist auch ein paar besser wie der vorher der Bahn nein den hab ich was mit dem Flughofball gemacht das Spiel ist so fett jetzt geht er Ja, da geht der Digge, den macht auch. Nein. Befreiungsschlag vom Totschläger. Nein, den mache ich, den mache ich. Nein. Das Spiel ist so geil, Läder. Ich bin so übelst am Schnitzen. Gibt es eigentlich 11 Meter fahren? Keine Ahnung. Nein! Nein! Sauber! Sauber! Nein! Schick mich die Nose! Schick mich! Okay, hier! Du Dreck! Sauber, Sauber! Den hab ich! Jetzt geh ich durch! Jetzt geh ich durch! Oh, ich geh durch! Ey, du hättest doch Macht, ey! Du hättest doch Macht! Nach Spielzeit! Wer als erstes Tor macht, ey? Ja! Hab ich! Hab ich! Erster Ballkontakt! Alter, er hat hinten gewartet! Hehehehe! Den mach ich! Den mach ich! Die Nose, mach ihn! Mach ihn! Oh nein! Falsch getroffen! Bam, Junge! Das ist nur Gefühlssache, das Spiel! Das hat man irgendwann! Den mach ich! Bam! Den machen wir! Hat einer dir vom Fuß gespitzelt, Alter! Den machen wir! Niemals hat die Nose! Traumhaft! Jetzt geh ich Linie! Jetzt geh ich Linie! Jetzt geh ich Linie! Niemals! Jetzt geh ich Linie! Den Oli, ja! Ja! Ich bin explodiert, Alter! Ich darf mich verpflücken, ne? Nein! Oh, Lotte! Lotte! Da kommt Bruder, ne? Totschläger! Totschläger! Miese Ballführung! Der Tote weg, ne? Der hat richtig miese Ballführung, Alter! Den mach ich! Oh nein! Nein! Das Spiel ist so geil, ne? Den wollte ich Kopfballen, Alter! Rosa! Bring rein! Bam! Ey, was? Nein! Nein! Oh nein! Oh nein! 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 Das soll so klappen, ne? Alter Totschläger! Du bist doch im letzten Tor entscheidend, oder was? Den hab ich! Ja! Oh nein! Oh nein! Ey, die haben mich voll wegrampt. Oh, ey, der Ball fiegt so hoch hier, ne? Nein! Und da kommt der, der Totschläger! Den mach ich! Oh! Traumhaft! Der Nase! Bring rein, Junge! Bring rein! Oh, traumhaft! Ey! Ich muss... Nein! 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 Oh! Das gibt's doch nicht, Alter! Spannendes Spiel hier, meine Freunde! Spannendes Spiel! Es bleibt weiter spannend! Beat, den hat er! Den hol ich! Den hol ich! Den hol ich! Den hab ich! Oh, traumhaft! Oh, die Nase springt dafür da rein, ne? Alter! Alter! Was ist das hier los? Ey, was ist das hier für ein Geplänkel, Alter! Oh, ich fliege voll weg, Alter! Alter! Sauber! Den hol ich da, Junge! Den hol ich da, Junge! Den hol ich da, Junge! Den hol ich da! Nein! Ja! Nein! Nein! Totschläger! 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 Traumtor! Ja! Guck mal! Ich bin voll unter durchgelaufen, Alter! Totschläger entscheidet das Spiel, meine Freunde! Und da ist der Sieg! Ich bin voll unter durchgelaufen, Alter! Bobby Helm! Bobby Helm! Bobby Helm! Ja! Ich hab den... Ich hab jetzt ne Billardkugel aufm Kopf! Also, ihr wisst Bescheid, Alter! Schmiermaxe hab ich auch bekommen! Fette Trophäen abgestoppt, meine Freunde! Wenn euch das Let's Play gefallen hat, macht den Mittelfinger nach oben! Euer Totschläger ist raus! Zusammen mit dem Dingeln, unterkennen ihn uns! Wir fackern, die Welt Junge! Haut da rein! Vielen Dank.